So, und hier sind wir wieder. Also, wie ist denn dein toller Gegner? Beziehungsweise dein... Na, kurz vorm nächsten Bildschirm. Okay, das bekommen wir von selber. Okay, hier gibt es nur den und den Tod, aber den bekommen wir, nachdem wir den Tod besiegt haben. Dann folgen wir der Straße, oder nicht? Äh, naja, welcher Straße? Warte mal kurz. Wie kann man denn Licht machen in diesem Spiel? So. Kannst du es natürlich auch casten, aber Warn mich doch vor, als er mich fast erwischt. Mach der hier einfach Shift Feuer. Was ist das da vorne? Sieh aus dem Tote. Komisch. Ey. Okay, wir suchen jetzt einfach nur diese Brücke. Was ist das? Stein. Ja, ein Stein. Gut, die Wand ist links da. Sieht also richtig gut aus, ja. Ja, Steine waren an der Stelle. Aber die Brücke. Welche Brücke? Die Brücke zum nächsten Bildschirm. Da ist keine Brücke auf der Map. Also auf dem Bild erkenne ich keine Brücke. Ja, die ist ja auch nördlich davon. Wir dürfen nur nicht aus Versehen drüber noch. Ich seh nichts. Geht es denn hier eine bessere Beschreibung, als zum Ausgang zu laufen und dann von da aus weg? Nein, das ist die beste Beschreibung, weil es vom Ausgang scheinbar relativ nah ist. Ich würde also am liebsten zum Ausgang gehen. Nur nicht drüber laufen. Ja, wenn du so schnell läufst, glaubst du dann wirklich, dass du da nicht drüber läufst? Und vor allem, weil du die Brücke ja nicht mal erkennst, ohne Feuer. Ah, da ist er doch. Es ist Skelett. Ja, klar. Zehn von zwölf. Ja. Das war die Stelle mit den zwei Felsen. Schön. Dann haben wir es ja jetzt. Hier muss es irgendwo weitergehen. Nein, keine Heilung. Okay. Oh, nee, ich hab den Handschuh ja nicht mehr. Ja, dann heil ich jetzt mit deinem Handschuh. Du hast dich durch mein halbes Leben abziehen vollgeheilt? Das ist ja interessant. Du ziehst mir mehr Life, als ich habe. Oder? Der Charakter hat einfach weniger Leben. Das kann auch sein. Ist der aus Gang Garns im Norden? Keine Ahnung. Äh, also hier ist Map Ende. Wieso ist da kein einziger Gegner gespawnt dieses Mal? Weil wir anscheinend alle vorbeigelaufen sind. Bravourös. Nee, das kapiere ich nicht. Das kann gerne sein. Alle drohen. Hier ist die Brücke. Einfach nur von der Brücke nach Süden. Okay, die sieht man sogar, wenn die beleuchtet ist. Ja gut, jetzt haben wir es geschafft. Kontrollpunkt hoffentlich. So, tot. Weitere wäre eine Party. Die haben gerade Karneval anscheinend oder so. What the heck? Warum ausgerechnet auf mich? Das sind doch nur Feuerwerkskörper. Die meinen das nicht so. Interessante Magie allerdings. Na, schieß ich natürlich wieder komplett mit dich durch den... Okay, das bringt auch nichts. Dann mach mal... Das. Ha, ich kann auch den Leben aussagen. Sehr gut. Ah! Pff. Ah, fuck, man. Kann man die nicht auch heilen? Sind ja auch Skelette. Weil wir sind ja an dem Ort, wo die Untoten leben. Ja, eigentlich müsste ich mit Leben alles gehen. E-R-R. So. Nee, R. E-R-A-F. So. Okay, Leben verletzt sie auf alle Fälle. Vielleicht sollte ich dann meinen Handschuh... mitnehmen. Ach, wieso? Tut das Leben Karsten, die auch fehlt. Das ist eine Party, ey. Ja, keine Ahnung. Wie feiern Herr Krapati? Ich bin tot. Den Handschuh lasse ich liegen. Ich kann sonst kein Leben benutzen. Ach, echt? Ach. Ach, so. E-R-F. Q. Ah, nee. Das kombiniert sich ja gar nicht. E-R-F. Man kann kein Feuerschild machen. Ah, nee. E-R. S-A. Okay, das geht. So. Warte mal, ich kann mich nicht kälte und Feuer gleichzeitig schützen? Kann man das nicht auch irgendwie tricksen? Q-F. Warte mal, eine Sekunde. E. Ah, E. Schilde. Ja, E. Ein Schild mit Dampf, Feuer, Elektro und Arkan. Q-F-E. S-A-F-E. R-R. F. Also der beste Schild, von dem ich hier gelesen habe. Ah. R. Wäre. R. Wäre der da. Q-F-S-A-F-E. Und dann einfach nur safe. Was ist da jetzt? Dampf, Arkan, Elektrofeuerschild. Ah, okay. Aber da ist kein Kälter dabei. Nö, ich glaube, das geht auch nicht alles so gut. Ja, das geht auch nicht alles zusammen. Ich bin irgendwie verlangsamt, wie ich bin. Ja, weil die Eis machen. Also manche von denen. Die haben ja immer ihre Farben, verstehst du? Ich heile dich! Erwecke, werde wieder lebendig! Und hier ist kein Secret mehr? So in dem Gebiet? Nein, in dem... Also zumindest nichts, was irgendwie für Dinge wichtig ist. Es könnte schon irgendwelche Gegenstände sein, die aber halt kein Achievement haben. Oh, das war sehr effektiv. Jo. Das ist echt gemerkt, wie der Laden hier. Hä, die Hachen Party? Hi. Ich bin irgendwie nicht sehr zuversichtlich. Die Lage erläutern. Wir können immer noch nicht sprechen! Läufst du schon weiter? Ich muss gerade das Licht in meinem Raum erhöhen. Ansonsten habe ich wohl eine Tastatur zu sehen. Äh. Was machst du? Warum bringst du dich eigentlich immer um, wenn ich nichts mache? Er hat einen Drang zum Suizid. Er hat einen Drang zum Suizid. Ich merke es. Ich habe nur geguckt, ob... Ah. E, A, F, F. Ich habe kein Damage von meinen Bomben bekommen. Das war nur der Fallschaden. Tod. Sie anreißen, Vermittler. Nieder. Das meinte er jetzt nicht ernst, oder? Wo ist er? Okay, was passiert? Okay, wir müssen... Scheiße, nicht runterfallen. Das hatte ich auch nicht vor! Lässt sich auch so leicht beeinflussen. Und den musst du schnell teleporten, damit du eben... Den kann man auch mit Heilung töten. Scheinbar nicht. Der ist schneller als ich. Der ist gerade... Immer wenn er schlägt, wenn er schlägt. Dann kann man ihn treffen. Glaubst du, es lohnt sich hier, Zeitlupe zu benutzen, wenn er das nächste Mal zum Schlagen aussieht? Du kannst es probieren. Jetzt töte ihn! Ich wollte gucken, ob meine... Ah, wegen deiner Zeitlupe funktionieren meine Dingens nicht. Das ist so lame, das du... Ich wollte gucken, ob ich in Donner keinen Schaden machen kann. Oh, ich leb ja noch. Äh, jetzt nicht mehr. Oh, doch, ich leb noch. What the fuck? Hab ich den Tod überlebt? Oh, jetzt bin ich tot. Jetzt nicht mehr. Warum hast du dich weggesprengt? Ich war das nicht. Hä? Lebe ich noch? Ja, ich hab dich wieder benannt, bevor ich in die Luft gejagt wurde. Ach so. Jetzt hab ich nicht bemerkt, das war am Rand des Bildschirms. Da war die Leiste oben drüber. Muss man schon sagen, wenn da oben diese Leiste ist. Ich hab nicht gedacht, dass es so funktioniert. Aber... Ich frag mich, vor was ich mich bei dem heilen soll. Was ich da für ein Schild machen soll. Ich weiß nicht, wie ich den... Okay, Donnerkeil hat nichts abgezogen, wie es ausschaut. Probieren wir einfach Heilungsbomben. Also solche Sachen. Komm nur her, To. Oh, 1200. Aber seine Leiste ist trotzdem nicht runtergegangen. Es kann sein, dass vielleicht die Gegner, die er beschwört, dass man die... Obwohl, jetzt beschwöre da keiner mehr. Ich hab mir das nicht so lange. Hä, wie soll man den denn überhaupt alleine machen? Man kann denen ja nicht wehtun, während der... Ding ist. Eben, sie sieht man den verdammten Port. Warte mal, ich hab da eine blöde Idee. Okay, ich merke, ich brauche eine Resistenz gegen... Ah! Ich leb noch. Ich leb nicht mehr. Oh, shit. Du lebst gleich wieder. Ja, nicht unbedingt gegen alles, aber... Aber die benutzen ja wirklich alles. Warte mal, das wollte ich jetzt testen. W, E, D. Leertaste. E, F. Mist. Bist tot. Ja, ich weiß. Wäre gut, wenn du was dagegen tust. Bin ich... Achso, ich bin vereist! Was ist das der Scheiß? Ich brauche eigentlich ein Feuer- und Eisschild. Und das geht einfach nicht! Mach W, E, D, Leertaste. Bitt hör' rum. Siehst du, die gehört... W, E, D. Muss ich da irgendwie anziehen? Nein, schau, die beiden gehören jetzt uns. Die drei gehören uns. Aber scheinbar nicht ewig. Oh, du bist tot? Ja, du hast mich ja nicht wiederbelegt. Ja, ich habe nicht gesehen, dass du gestorben bist. Naja, du hast vorhin zwar mit der grünen Waffe rumgewedelt, aber wiederbelebt, dass du mich seitdem bist. Also, scheinbar ewig bleibt. Hä? Du weißt schon, dass W ist von der Zauberung. Was? Was? Du hast dich in Luft gesprengt. Mit welcher Spell hast du das gemacht? Also, QF, safe. Ich bin tot. Wie geht jetzt diese blöde Betörung? Ah, hab sie. Nein, mich kriegst du nicht. Oh, shit. Der ist schnell. Nein. Fuck, ey. Ich glaube, man kann ihn echt nicht wehtun. Irgendwie muss er ja zu besiegen sein. Ja, ich glaube, dass er seine Minions tötet. Das zieht wahrscheinlich seine AP ab. Und alles andere nicht. Ah, ey. Schau mal, wie schnell der ist. Soll das Dauerspeed einsetzen. Ja, ich kann das nur nicht immer so schnell. Also, ich kann schon schnell casten, aber ich merke mich rechtzeitig, wann es aufhört zu wirken. Boah, beinahe. So, ich mache mal das Schild. hast du mich nein hast du mich nicht ich bin ja irgendwie dazu verleitet abschluss auf dem desktop gegen ihn zu testen aber wahrscheinlich treffe ich dann dich die bomben die haben funktioniert das ist gut zu wissen machen bombenkreis um dich rum und wenn er zu dir kommt teleportierst du dich weg ich bin in der hand der schwede das hat ihm ja richtig reingehauen was zur hölle lebst du noch du stehst auf jeden fall noch da ja ich frage mich auch was das ist er redet aber her ich weiß dass der hinter mir ist ich kann nichts machen also bei mir packt es gerade theoretisch habe ich teleport ausgewählt aber ich kann nichts machen bei mir stehst du einfach nur da ich weiß nicht was ich tun soll um dafür zu sorgen dass du das nicht mehr tust aber es werden weniger tot bis ich tot bin und besiegt in der zwischenzeit ich bin gestorben kannst du was machen jetzt geht's wieder wieso war ich denn so komisch vielleicht lag das auch daran weil das was er gemacht hat vielleicht hat das wirklich an dem meintest du wirklich der soll mich jetzt einfach nur angreifen ich bin jetzt gefreased ich bin gefreased wieso was denn los ich will teleport benutzen wahrscheinlich weil das alles fake toads sind ich kann teleport nicht benutzen vielleicht kann man keine spellcasten ich bin jetzt gefreased ich bin gefreased ich glaube du hast ihn erwischt bin mir nicht ganz sicher greif mich an die tote da kommt dann komm hier rüber yes insta kill ach gut todes mutig gut zu wissen totenbeschwörung haben wir bekommen jetzt können wir den tod rufen jetzt können wir unser händen und telefon raus neben den rufen unser magietelefon die kette der fehlinterpretationen rissen die zauberer suchten die kämpferische auseinandersetzung mit dem tod selbst der tod der rechten lichte betrachtet ein lieber kerl entschloss sich den zauberern zu helfen und teleportierte sie in die gallier höhlberge ihr fahrt mir seit urzeiten hausen soll die kälte war steigend fürchterlich aber die silhouette eines nahen schlosses entzündete einen wärmenden fünften hoffen auch ein paar bäume abgefackelt dabei wir können nicht reden der gute alte fahrt mir ja ja ab hier kennen wir die story noch gar nicht super ich will den tod mal rufen ich muss nur mal gucken wo der ist der totenbeschwörung war das der totenbeschwörung hier es heißt summon death los geht's macht er jetzt mich tot oder wen hat er umgebracht ja dich ok hier in diesem chapter gibt es natürlich wieder einen muhl zu finden das geht ab und der skifahrer wurde gefrisst 3 secret locations oh shit da ist einer der uns jetzt auch angreifen will mach was mach was denn wir als sterben kann ich auch nicht wenn der mich festhält ich bin direkt gestorben weil ich in ihm stand los geht's tot der bringt mich um er hat es nicht hinbekommen versteht es auch nicht aber er hat auf jeden fall auf mich geschlagen hä auf dich er war doch auf dem yeti äh warum ist der yeti dann nicht gestorben also auf jeden fall ist er zum yeti gegangen er ist zu mir gegangen hat auf mich geschlagen und mir ist nichts passiert nein nein er ist zum yeti gegangen nein er ist zu mir gegangen er ist garantiert nicht zu dir gegangen also ich bin der horst wenn er zu mir gegangen ist dann ist er zu mir gegangen weil der horst hat recht oder aber die klienten hatten irgendwie recht und nicht recht weil anscheinend ist ja gar keiner durchgestorben wir sind jetzt schon im neuen part oder nein ok wie dann geht der part ist der part wäre jetzt der part wäre jetzt zu ende das sah nämlich episch aus also dann ciao tschüss 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 tschüss